Die für alle die Entschädigung ist... Hallo, schön, dass du wieder hingeschaltet hast. Wir spielen heute eine Runde auf dem Gomez Server. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Die Entschädigung ist bekannt. Für alle Prämis werden 2 Wochen draufgelegt. Wenn man jetzt also einen Monat hat, kriegt man nochmal 2 Wochen drauf. Dann ist es erst abgelaufen. Also 2 Wochen Verlängerung von Premium. Das ist schon mal das Erste. Ja, und das Zweite... Das war jetzt so die Premium Entschädigung. Das Zweite, die für alle die Entschädigung ist... Ja, geil. Ah, hier wäre einfach reingefallen. Okay, äh, ich seh... Ja, okay, ich seh doch ziemlich viel, ähm... Die Entschädigung für alle halt ist... Ja, Endergames Double Coins Week. Deswegen werde ich auch diese Woche ziemlich, ziemlich viel Endergames bringen. Ich werde es, glaube ich, nur noch bringen. Es sei denn, ich habe noch irgendwas über-mega-aussergewöhnliches, sensationelltes, das ich unbedingt aufnehmen muss. Sonst werde ich wahrscheinlich nur Endergames spielen. Es sei denn, ihr schreibt in den Kommentaren, Äh, Mann, Alter, Endergames ist voll langweilig. Dann bringe ich zwei Videos am Tag raus. Einmal Endergames und einmal aus anderes. Jo, zwei Videos am Tag. Ihr habt es richtig gehört. Zwei Videos am Tag. Ich lade ja regelmäßig fürs Hoch. Es ist aber etwas spät, immer wenn ich es hochlade. Aber ich lade es noch rechtzeitig hoch. Das wollen wir darum nur mal gesagt haben. Naja. Und das wird, glaube ich, gleich ein, äh, hier, Zielsucher gegen Zielsucher-Fight. Und... Oh, er hat die epische Angel, Alter. So. Oh, ich habe den ersten Treffer gelandet. Oh, nein, 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 nein. Oh. Nein! Drei Zielsucher haben sich gerade gebettelt, ne? Habt ihr das gesehen? Und der eine hier... Der hat L'Razza war Zielsucher. Und... Äh, yzguilon war auch Zielsucher. Und ein Barbar war das, glaube ich, ne? Ja. Drei Zielsucher haben sich gebettelt. Hm. Wer gewinnt? Der Zielsucher. Okay. Okay, Uncut geht's hier weiter. Jungle Hills. Ja, läuft das Primum eigentlich per Kalender ab oder per In-Game-Zeit? Das wäre mal interessant zu wissen. Ja, auf jeden Fall. Jeder fragt jetzt noch, was wir vom Gloss bekommen haben. Am 10. Das waren schon vier Tage. Das waren schon vier Tage. Und er fragt einfach, was wir zum Nikolaus bekommen haben. Kino-Gutschein. Ich habe echt einen Kino-Gutschein bekommen. Das glauben mir zwar manche. Er hat Pommes bekommen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er Pommes bekommen, Alter. Hm, was schenken wir unserem Kind zu Nikolaus? Pommes! Das sind ja fertig Pommes. Ach, das fällt unserem Kind nicht auf. Mama, Papa, konntest du mir die Pommes da machen? Die sind schon lange gut. Die kann man aber nicht essen, weil die doch gefroren sind. Das stimmt gar nicht. Also jetzt isst oder du stirbst. Okay, das war eine unlustige Szene, die ich mir gerade ausgedacht habe. Aber er hat uns ehrlich Pommes gekriegt. Ist er irgendwie beschissen im Kopf? So, er kann ihn nur aber aufwerfen, will eh nichts bringen. Ah, ist weg. Okay, hab ich mir schon gedacht. Das ist ein kleiner Nachteil des Zielsucherkittes. Gilt dieses Spielschroer. Er sieht mich nicht. Das ist Regel Nummer 1 bei Endgames. Immer aus dem Hinterhalt angreifen. Nein! Er flischt! Nein! Okay, das war's für heute. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr das meint. Und ja, wegen... Ich hab vergessen, wegen der PC-Card. Da muss ich natürlich noch einen Kommentar da lassen. Ein Kommentar. Müsst ihr noch da lassen. Sonst seid ihr dumm. So. Ja. Weil ihr sonst was nicht kriegt. Also liken, teilen, wenn ihr wollt, abonnieren und Korinther da lassen. Ja. Tschüss. Bye. 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 ChiuseP. Versehe mich nicht, dass es Regel Nummer 1 bei Endgames immer aus dem Hinterhalt angreifen. Nein, das fließt. Nein!